Was den Kakaobauer Andreas angeht, kommen die Zuschauer gar nicht zum Durchatmen. Ein Schock folgt dem nächsten und nun rechnet er ausgerechnet mit der Moderatorin ab. Bauer sucht Frau Andreas sorgt für einen Skandal nach dem anderen. Der Kakaofarmer Andreas, 63, in Guatemala, ist im Bauer sucht Frau Universum aktuell wohl die Skandalnudel schlechthin. Erstens soll der Kandidat eigentlich schon längst verheiratet sein und zweitens zieht RTL nun Konsequenzen und streicht Andreas aus der Show. Bauer sucht Frau Fans sind entrüstet und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Doch nachdem der 63-Jährige die Zuschauer hops genommen hat, schießt er nun ausgerechnet auch noch gegen Moderatorin Inka Bause. Bauer sucht Frau Inka Bause soll nur eine Rolle spielen. In seinem Instagram-Beitrag beschwert Andreas sich darüber, dass sein Förderprogramm nicht in der Show gezeigt wurde. In seiner Kommentarspalte hagelt es jedoch Kritik von den Fans der Kuppelsendung wegen seiner Schwindelei. Gleichzeitig sind einige Nutzer verunsichert, ob RTL von Andreas Frau Bescheid wusste, und falls ja, warum sie es trotzdem bisher ausgestrahlt haben. Eine Userin schreibt beispielsweise, die Frage, warum hat er sich da überhaupt beworben, stellt sich mir immer wieder. Ebenso denke ich da an die eigentlich immer nette lustige Moderation Inka. Das hat sie doch gar nicht nötig, sich solcher Schwindelei hinzugeben. Darüber bin ich eigentlich am meisten enttäuscht. Andreas antwortet prompt auf den Kommentar und schießt gegen Inka. Die Moderatorin ist ein 100% Profi. Sie kann ein- und ausschalten wie ein Lichtschalter. Für ihre Professionalität zeuge ich ihr Respekt, dass sie BSF als Einkommensquelle nutzt. Und weiter, doch sie über den grünen Klee zu loben bedeutet ihr lobt die Rolle und nicht den Menschen. Und in der Tat in der Rolle ist sie super. Möchte Andreas damit etwa sagen, dass Inka vor der Kamera Fake ist, eine Rolle spielt und in Wahrheit ganz anders ist? Ühe Jui. Untertitelung des ZDF, 2020